Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin korrigiert, nicht gerade wenig, war aber absehbar darüber, haben wir gestern im Stream auch schon mal drüber gesprochen. Wie es jetzt weitergeht, gehen wir möglicherweise jetzt doch nochmal kurzfristig in den Short rein oder versuchen wir wieder einen neuen Long-Entry zu suchen. Das schauen wir uns im heutigen Video an, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates oder sonstiges zu verpassen, dann kommt da gerne rein. Bevor ich es vergesse, ich habe gestern noch eine kleine Umfrage gestartet, weil ich überlege, die ganzen Setups aus den Streams, weil es ja doch immer ziemlich lange Streams sind, will ich zukünftig auf einen Zweitkanal einfach packen, um das einfach ein bisschen transparenter zu gestalten, beziehungsweise auch die kleinen Analysen aus den Livestreams ein bisschen da zu verpacken. Wird wahrscheinlich kommen, ist zwar eine knappe Analyse, aber ich denke, ich werde mich heute an den Account hinhocken und dann ab nächste Woche dann damit starten. Diese Woche schaffe ich es wahrscheinlich noch nicht, aber nächste Woche dann, dass wir einfach diesen Zweitkanal haben und dort dann immer, sage ich mal, die wichtigsten Analysen aus den Livestreams nochmal rauskommen. Gut, und damit würde ich jetzt aber auch sagen, starten wir direkt durch. Momentan traden wir ungefähr 23.600 US-Dollar. Wir haben einen kleinen WIG noch runterbekommen bis 23.300 US-Dollar. Das war ziemlich in Planung. Wir haben gestern im Livestream darüber gesprochen. Wir haben hier diese kleine Bearish Divergence. Ich bin aber echt nochmal davon ausgegangen, dass wir uns zumindest diesen WIG hier oben holen, aufgrund des Volumens, was wir bei Binance liegen haben. Also nicht verwirrt sein. Hier bei BingX ist es nicht so hoch. Wir gucken ganz kurz rüber auf den Binance-Shart. Da seht ihr es besser. Na, so jetzt aber. Hier sieht man das Volumen, was hier oben noch liegt. Deswegen war es das wünschenswerte Szenario, dass wir uns zumindest diesen WIG noch holen. Haben wir leider nicht. Deswegen sind wir auch momentan in keiner Short-Position drin. Ich warte jetzt hier weiterhin, dass wir zumindest hier diesen Bereich von 22.800 US-Dollar nochmal holen. Denn hier liegt das Golden Pocket. Hier haben wir ziemlich Unterstützung durch diese kleine Konsolidierung, die wir hier auch noch haben. Und das wäre dann auch das neue Long-Setup, was ich mir hier vorstellen würde. Zumindest jetzt vorerst erst einmal. Ansonsten, schöner Abverkauf, den wir jetzt hier gesehen haben aufgrund der Bearish Divergence, aufgrund dieser ganzen Longs, die jetzt im Endeffekt hier oben nochmal reingestürmt sind. Aber, wie gesagt, Korrektur war ein bisschen absehbar, auch wenn ich mir, wie gesagt, dieses höhere Hoch kurzfristig nochmal gewünscht habe. RSI hat gut korrigiert. Trotzdem, dieses Tief hier unten wurde auch wieder mit relativ viel Volumen gebildet. Deswegen ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass wir uns dieses nochmal holen. Und dann durch so eine kleine Liquidationskaskade zumindest diesen Bereich um 22.800 US-Dollar nochmal holen. Wir schauen mal ganz kurz auf den Daily Close, wie der aussieht. War jetzt hier auf BingX nicht sonderlich bullish. Auch hier der Blick auf Binance nochmal ganz kurz. Wir haben Daily Close über diesen Hoch nicht wirklich geschafft. Der davor war gestern, dann schon wieder eher so eine bearish Kerze, um die Liquidität nach oben hin abzugreifen. Aber die Woche ist noch nicht rum. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Der Weekly Close ist meines Erachtens nach viel, viel wichtiger, dass wir im Weekly Close über diesen 24.300 US-Dollar mindestens bekommen. Momentan sind wir noch 700 Dollar entfernt. Aber, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Daily Close nicht wirklich bullish. Aber hier oben liegt auch noch eine Menge Liquidität. Das sehen wir hier auch auf den Daily-Schlusskurs-Basis sehr, sehr gut. BingX sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus, weil da der Schlusskurs ein bisschen anders ist. Aber das Ziel grundsätzlich ist jetzt erst einmal klar. 22.800 US-Dollar. Gehe nochmal in den 4-Stunden-Chart. Und hier dann, sag ich mal, in das Golden Pocket reinzukommen, höheres Tief wiederum zu bilden. Und dann nochmal die 25.200 US-Dollar anzulaufen. Kriegen wir hier dann wieder eine Rejection rein. Dann müssen wir uns ganz ehrlich doch nochmal Gedanken machen, dass wir uns diese Imbalance, also diesen Binance-USD-Pump, kann man da schon ganz ehrlich dazu sagen, wo ja vermutet wurde, dass Binance hier unten aggressiv gekauft hat, also diese Zone zwischen 20.000 und 19.200 US-Dollar nochmal holen. Also die Zone ist noch aktuell, die würde ich auch noch gerne drinnen belassen, weil die Chance, dass wir in dieses übergeordnete Golden Pocket, und mit übergeordnetes Golden Pocket meine ich einfach, wenn wir das FIP-Level von hier unten bis zu unserem Pump-Level jetzt hier oben ziehen, wäre hier in diesem Bereich auch das Golden Pocket. Hier liegt das 1.618er von unserem Pump, den wir jetzt hier hatten. Also hier kommt schon wieder eine Menge zusammen. Und solange wir hier nicht wirklich in Richtung 30.000 US-Dollar gehen, sind für mich die 19.000 immer noch im Bereich des Möglichen. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, kommen wir hier in die Region um 22.800 US-Dollar, war das hier Ganze nur ein Fake-Out, was ich momentan einfach nicht denke. Aber sollten wir hier reinkommen, neue Long-Positionen eröffnen, Higher-High hoffen, werden wir hier rejected, und bilden kein Higher-High, also nur mit RIG. Dann ist es wiederum nicht gut, bilden wir aber ein schönes Higher-High. Nein, dann sind weiterhin die 26.000 bis 28.000 auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Die Bitcoin-Long läuft noch, habe ich ja dazu gesagt, Stop-Loss-Entry, aber wir hatten ja hier unten den Entry, also wir sind momentan noch safe. Wir müssen nicht unbedingt eine neue Position eröffnen, eher vielleicht die Position wieder ein bisschen vergrößern. Gut, das ist jetzt erstmal so der kurzfristige Fahrplan. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu berichten, sage ich jetzt einfach mal so charttechnisch. Ziel haben wir ja gestern darüber gesprochen, dass einfach das Golden Pocket dieser Hauptbereich ist, den wir uns angucken sollten. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier hat sich ein bisschen was getan. Wir sind zwar noch hier hoch in den Bereich der 1.740 US-Dollar gekommen, haben das High noch abgefischt, wo wir gestern darüber gesprochen haben, dass wir die Position schließen hier in dem Bereich der 1.700 US-Dollar. War jetzt auch im Nachhinein nicht wirklich verkehrt, also lieber Position schließen, als hier noch ein bisschen zu gambeln und über Nacht die Profite da nicht einzusacken. Also es sieht momentan ganz gut aus, aber auch hier gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Ich habe mir hier gewünscht, dass wir zumindest noch dieses Top hier erreichen, haben wir gestern im Livestream darüber gesprochen. Eine Triple Bearish Divergence eventuell noch bilden, haben wir leider nicht geschafft. Ist aber auch weiterhin das Ziel. Ich sage mal, hier oben der Bereich um 1.760, hier oben wartet noch die Ineffizienz auf uns. Wir haben hier sehr, sehr viel Short-Volumen reinbekommen, sieht man hier an dieser Volumen-Candle. Also die Chance, dass wir uns diesen Bereich noch holen, ist noch da. Das Problem ist jetzt hier, wir haben es bei Bitcoin gesehen, hier sind wir schon 0.5er gewesen bei Bitcoin, bei Ethereum gerade mal beim 0.382-FIP-Level. Also noch nicht wirklich berauschend hier dieser Abverkauf. Ich gehe auch hier ehrlich gesagt davon aus, dass wir eher ins Richtung Golden Pocket kommen. 1.570 würde hier zu den Vektoren passen, aber eventuell, dass wir hier sogar schon Einstieg bei 1.600 US-Dollar wagen. Warum? Da lohnt sich der Blick ein bisschen in die Vergangenheit. Das sieht man hier ganz gut, dass wir hier immer in diesem Bereich ein bisschen Umverteilung hatten, beziehungsweise immer so ein bisschen Support, beziehungsweise Widerstände hier. Widerstände, Support, 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 Widerstand, 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 Widerstand und dann hier wieder Support in diesem Bereich. Deswegen so das 0.5er würde sich vielleicht hier ganz gut aufgehen, auch wenn wir hier die Vektoren ein bisschen anmachen im 1-Stunden-Chart. Sieht man das auch ganz gut. Wir haben hier schöne Vektor-Candles, die hier auch sehr, sehr gut mit dem 0.5er übereinstimmen würden. Also müssen wir mal gucken, relativ spontan auch hier wieder keine Limit-Orders, würde ich einfach nicht machen aufgrund der Vektoren. Das heißt, wir könnten hier sehr, sehr schnell durchrauschen. Lieber dann in dieser Candle, wo wir uns dann befinden, und gucken, okay, wie ist das Volumen, passt das funktionell alles, dass wir dann hier möglicherweise in den Trade bei 1.610 bis 1.600 US-Dollar reingehen. Stoploss würde ich dann trotzdem unter das 0.65er Fibonacci-Retracement-Level machen. Heißt aber auch, wir haben hier 3.5% Risk momentan. Eventuell, dass wir hier zwei Einstiege machen, aber das gucke ich dann, wie es ist, sobald wir hier in den Trade möglicherweise reingehen. Gut, ansonsten tut sich hier auch wenig. Nach oben hin haben wir auf jeden Fall noch Luft, bis, wie gesagt, 1.760. Besser wäre es sogar 1.810 US-Dollar. Hierfür lohnt sich nochmal der Blick ganz kurz in den Daily-Time-Frame. Schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Daily-Close bei BingX war gut. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Wir blicken nochmal ganz kurz auf den Binance-Close. Da wiederum war er nicht so gut. Also das heißt, wir haben weiterhin kein Higher High bei Ethereum gebildet. Nur dieser WIG heißt wieder Liquidität rausgeholt. Gut, also so richtig überzeugt bin ich einfach nicht bei Ethereum momentan. Bitcoin gefällt mir hier deutlich besser, was es natürlich auch bei Ethereum deutlich schwerer macht zu traden. Aber vom Ziel her bleibt es gleich. Die 1.800 US-Dollar ist das Ziel hier oben, diese Ineffizienz noch, die es zu holen gibt. Und das ist dann für mich Endgegner für mögliche Short-Trades. Gut, dann noch ganz kurz zu den News-Sam-Bankman-Fright von FTX. Muss nach VPN-Nutzung wieder vor Gericht. Hat da jemand Mitleid? Ne. Lest euch den Artikel gerne durch, wie immer in der Telegram-Talk und Signalgruppe beziehungsweise bei CryptoGuru. Jederzeit vorbeischauen, wenn ihr die aktuellen News wollt. Und ja, das war es dann von meiner Seite. Später kommen noch zwei Analysen bei CryptoGuru Online, wenn euch die interessieren. Ansonsten wie immer gerne im Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns eventuell dann später nochmal zum XRP-Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.